Moin Moin meine Freunde, heute ist ein neues Video und ich bin wieder auf der See. Das Wetter ist sehr, sehr schön und ich habe meinen Kalk mitgebracht und ich bin mit ein paar Freunden. Wir werden diese schöne Tag genießen, bis dann im Wasser. Das Wetter ist sehr, sehr schön und ich bin wieder auf der See. Das Wetter ist sehr, sehr schön und ich bin wieder auf der See. Das Wetter ist sehr, sehr schön und ich bin wieder auf der See. Das Wetter ist sehr, sehr schön und ich bin wieder auf der See. Das Wetter ist sehr, sehr schön und ich bin wieder auf der See. Das Wetter ist sehr, sehr schön und ich bin wieder auf der See. Na, Björn? Ja. Na? Na. 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 Wie geht's? Ich hab dein Auto gesehen. Oh, der ist auch nachts. Ist das nicht anspannend hier? Jaa, erste Fiat bei Ukraine. Steck. 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 Schabro. Geil. Noch besser. Aber Fiat, ja. Ja, danke. Ja, danke. Steck. 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 Fiat. Vielen Dank. Auf den Freelass. Auf den Freelass. Kabo! Ganz langsam am Grund. Sieht schwer aus. Nicht so viel Bewegung. Das ist schon gut. Das ist auch total. Doch! Kein Freelass. Komm. Ja, das war schön. Aber wo? Wo ist denn hier? Ah, hier. Das ist der Seelachs. Ein bisschen kleiner. Um die 40. Aber auch ein sehr schöner Fisch. Das sind die 45. Das ist die 40. Nein, das ist die 500. Das ist die 45. Die 50. Aber das ist die 100. Der junge, wie der früche ist. Der junge, wie der trumpete wurde. Das ist die 30. Die 200. Bis zum nächsten Mal.